Ich bin jetzt hier in Kanderstein gekommen und habe das Glück, dass ich einerseits beruflich Leute hierher gefahren habe in ein Hotel und jetzt am Sonntagnachmittag noch frei habe. Und darum gehe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben hier hinter mir hoch mit einem Band an den berühmten Eugène See. Ich hoffe, es hat nicht zu viele Leute. Im Moment stehen sehr viele Leute an. Bei dem Wetter sind alle Parkplätze mehr oder weniger voll. Aber ich mache jetzt das, weil es passt so schön bei dem tollen Wetter, das wir hier haben. Und jetzt komme ich auf den Weg und versuche, eines von diesen Gordern rüberzukommen. und jetzt gehe ich auf den Kippen für ein Kippen. Musik 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 Abenteuer Oeschinensee ist fertig. Es war toll, es hatte hunderte Menschen. Deshalb würde ich empfehlen, lieber nicht am Sonntag bei schönem Wetter an Oeschinensee zu gehen, sondern eher am Montag oder am Dienstag, wenn man sich das leisten kann. Es ist ein wirklich spezieller See und wie man ja auf dem Video gesehen hat, hat es viele Möglichkeiten. Man kann wandern, man kann das Ruderböde mieten, man kann einfach nur gut essen, was ich gemacht habe. Und jetzt fahre ich gemütlich wieder Richtung Zürich. Musik Musik